Vorstellung vs. Realität Wenn ich meine Oma besuche Mein kleines Zuckermäuschen Oma hat dich ganz so lieb Bei Oma kannst du alles machen Du kannst sogar eine Party schmeißen Ich hab nichts dagegen Ich kann auch woanders übernachten Hier, ein bisschen Taschengeld für dich Und keine Angst, deine Eltern werden nichts davon erfahren Das bleibt hinter uns, Mädels Okay, von mir aus Ich möchte mit dir ein Spiel spielen Was für ein Spiel? Die Spielregeln sind ganz einfach Du musst alles, was du vor dir siehst Bis zum letzten Stückchen aufessen Nein, werde ich nicht Nicht? Okay, dann wird halt dein Handy leiden Okay, okay, ich werde schon alles aufessen Braves Mädchen Der erste Schultag Ich und Sport Alter, bin ich dick geworden Ich muss heute Morgen mit Sport anfangen Was? Heute habe ich irgendwie Kopfschmerzen Aber morgen Der letzte Ferientag Endlich sind die sechs langen Wochen vorbei Morgen werde ich alle meine Freunde sehen Und die Lehrer mit ihren Hausaufgaben Das ist Lina Lebst du noch? Was machst du gerade? Alter, bist du wieder am Fressen? Du bist doch schon fett Okay, sehen uns morgen Hau rein, fett Arsch Ein musikalisches Instrument erlernen Der Weihnachtsmann Lieber Weihnachtsmann Ich hoffe, dass es dich wirklich gibt Ich wünsche mir ein pinkes fluffiges Einhorn Und eine riesige Tafelschokolade Liebe Lina Lieber Weihnachtsmann Lieber Weihnachtsmann Ich hoffe, dass es dich wirklich gibt Ich wünsche mir ein pinkes fluffiges Einhorn Und eine riesige Tafelschokolade Ich liebe Lina Oh mein Gott, Dad! Was ist das? Jingle Bells, Jingle Bells Und natürlich noch ein extra Video Hier draufklicken und abonnieren Und dann wieder desiren